ins Mond Guten Morgen liebe Rad- und Wanderfreunde und alle, die es noch werden wollen. Wir starten heute ins Montafon, Klostertal, Christberg soll das Ziel sein, mit hoffentlich ein paar schönen Eindrücken. Ich werde nicht viel reden oder labern oder diskutieren, sondern einfach starten und wünsche viel Vergnügen. Und in den Gärten, die haben es schon wesentlich gemütlicher. Musik 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 Vorarlberger Fahrradwege Einladend Musik 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 Langsam aber sicher reichen wir den Lars im Kloschertal und dann geht es da über den Hügel wo der Hubschrauber fliegt drüber Hügelchen Musik 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 Jetzt es geht langsam aber sicher in die Höhen Musik 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 Glas im Klosterteil Albertbahn in kleinen Abschnitten Begegnung der unbekannten Art deshalb ist die Strasse super auch der richtigen Heim und nachwärts Musik 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 Soft! ein Graßplatz Musik 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 Mit Blick aus dem Silbertal Richter Musik 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 Und endlich Wasser Musik 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 Lobenswert Das wird werden Von hier zu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Blick ins Silbertal Daher kommen wir Hoch hoch Wolkenbedeckt Schauen wir uns Da kommt Freude auf Fast wie im Schwarzwald Allerdings ohne Kasse Ja, wenn das nicht nett ist Grüße bei uns im Mai säß Trinken ein Schnäppchen Auf eure Gesundheit Und geniessen den Ausblick Auf die imposante Bergwelt Von der Silvretta Frau Wall und Rettekon Manelo Marcos Wo mir jemand davon gelungen ist Weiß ich nicht So in etwa In dem Fall Prost Zum Wohl Bleiben gesund Scharf aber gut Riesen Dank Die Mädelspender Gute Idee Dankeschön 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 Gute Idee 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 Und das掉 lä discover Gute Idee 怎麼了 Gute Idee Gute nutrient Das war der Fritzensee Das war der Fritzensee Heimat in Sicht Ich darf mich somit verabschieden Ich hoffe es war ein interessantes Tür Mit doch einigen Eindrücken vom Klostertal Montafon und Christberg Mit den besten Wünschen Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!